Schauen Sie und staunen Sie! Das schrecklich schöne Wunschmuseum! Ich wünsche mir, dass ich blind und toll wäre. Dann könnte ich nichts sehen, nichts hören, ob es Gutes oder Schlechtes in den nächsten Tagen ist. Ich wünsche mir, dass wir alle immer sehr viele und schöne Wünsche haben. Ich wünsche mir einen Club, mit dem man alles passieren könnte. Jede unangehene Situation wäre nicht mehr so unangegeben, wenn man immer Pause drückt und sich überlegt, was man sich sagt. Ich wünschte, dass ich ein Kind bin, dass ich besser aussehe und besser anhandeln kann. Ich wünsche mir, dass ich ein Kind bin, es ein Kind. Ich wünsche mir, dass du in zwei Tagen bist, wenn du Amst oder in zwei Tagen bist. Ja! Oh!